Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Wolf-Rasenmäher-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Ich bin sehr zufrieden mit dem Wolfgarten Elektro-Rasenmäher A370E. Der kabelgebundene Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 300 bis 500 Quadratmeter geeignet. Der 1600 Watt starke Motor sorgt für eine effektive und schnelle Rasenpflege. Die siebenfache Schnitthöhenverstellung erlaubt mir, die Grashöhe genau auf meine Bedürfnisse anzupassen und die 37 cm Schnittbreite ermöglicht ein schnelles Mähergebnis. Der 40 Liter Fangsack ist geräumig und einfach zu entleeren. Das Design des Wolfgarten Elektro-Rasenmähers A370E ist ansprechend und das Kunststoffmaterial ist robust und langlebig. Die Kabelführung Flickflex sorgt dafür, dass das Kabel während des Mähens nicht im Weg ist. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Wolfgarten Elektro-Rasenmäher A370E und würde ihn jedem empfehlen, der nach einem zuverlässigen und leistungsstarken Kabel gebundenen Rasenmäher für kleinere bis mittelgroße Rasenflächen sucht. Auf Nummer 4. Ich bin sehr zufrieden mit dem Wolfgarten Rasenmäher A4600 AWM. Der Benzinrasenmäher hat einen starken Motor und ist sehr effektiv beim Mähen von großen Rasenflächen bis zu 800 Quadratmetern. Der Radantrieb erleichtert das Mähen und spart Zeit und Mühe. Die sechsfache Schnitthöhenverstellung ermöglicht es mir, die Grashöhe auf meine Bedürfnisse anzupassen und die 46 cm Schnittbreite ermöglicht ein schnelles und präzises Mähergebnis. Der Füllstandsanzeiger ist sehr praktisch und der 60 Liter Fangsack ist geräumig und einfach zu entleeren. Das Design des Wolfgarten Rasenmähers A4600 AWM ist auffällig und die Farbkombination aus Rot und Gelb sieht sehr ansprechend aus. Das Material ist robust und langlebig, was den Rasenmäher zu einem lohnenden Kauf macht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Wolfgarten Rasenmäher A4600 AWM und würde ihn jedem empfehlen, der nach einem zuverlässigen und leistungsstarken Rasenmäher sucht, der für größere Rasenflächen geeignet ist. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3. Ich bin begeistert von dem Wolfgarten Akku Rasenmäher Lycos 40400 AWM. Er ist leicht und einfach zu handhaben und schneidet präzise und sauber, ohne dass ich mich um Kabel sorgen muss. Die zentrale Schnitthöhenverstellung ist sehr nützlich und die 6 Positionen erlauben es mir, die Höhe des Rasens schnell und einfach anzupassen. Ich schätze auch die 3 in 1 Funktion, die das Schneiden, Auffangen und Mulchen ohne zusätzliches Zubehör ermöglicht. Der Fangkorb ist geräumig und einfach zu entleeren und der Füllstandsanzeiger ist sehr praktisch. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Smart Index Funktion, die mir die Restlaufzeit des Mähers mit dem aktuell eingesetzten Akku anzeigt. Das mitgelieferte 5,0 Ampere Stunden Akku und Schnellladegerät ermöglichen mir ein müheloses Mäherlebnis. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Wolfgarten Akku Rasenmäher Lycos 40400 AWM. Er ist ein großartiger Kauf für jeden, der nach einem effektiven und einfach zu bedienenden Rasenmäher sucht. Bei Nummer 2. Der Wolfgarten Rasenmäher A4600WM ist ein leistungsstarker Benzinrasenmäher, der sich ideal für mittelgroße Gärten mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern eignet. Mit seinem OHV 45 Motor und einer Leistung von 2,1 Kilowatt bei 2800 pro Minute meistert er auch schwierigere Mäharbeiten ohne Probleme. Die 46 cm Schnittbreite und die sechsfache Schnitthöhenverstellung sorgen für eine präzise und individuelle Einstellung des Schnitts. Der Fangsack hat ein großes Volumen von 60 Litern und eine Füllstandsanzeige, sodass man rechtzeitig erkennen kann, wenn der Fangsack entleert werden muss. Die robuste Stahlkonstruktion in den Farben Rot und Gelb ist äußerst langlebig und widerstandsfähig. Insgesamt handelt es sich um einen soliden und zuverlässigen Rasenmäher, der sich besonders für größere Rasenflächen eignet. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Der Wolfgarten Elektro Rasenmäher A340E ist ein zuverlässiges Gerät für die Pflege kleinerer Rasenflächen. Mit einer Schnittbreite von 34 cm und einem Gewicht von nur einem Kilogramm ist er leicht zu manövrieren und erzielt ein sauberes Schnitt Ergebnis. Besonders praktisch ist der höhenverstellbare Griff mit Softgrip, der sich zudem klappen lässt und somit platzsparend aufbewahrt werden kann. Auch der Füllstandsanzeiger ist ein nützliches Feature. Der CCM-System und das ACC-System sorgen für eine effektive Grasfangbox-Befüllung und ermöglichen eine optimale Grashöhe. Insgesamt ist der Wolfgarten Elektro Rasenmäher A340E eine gute Wahl für alle, die einen kompakten und einfach zu bedienenden Rasenmäher suchen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.